Hey ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr beim Lenovo Zinkpad Laptop das BIOS öffnen könnt. Ihr drückt dazu einmal hier die F1-Taste, haltet diese gedrückt, schaltet das Zinkpad ein und jetzt lasst ihr die F1-Taste so lange gedrückt, bis er gleich piept und auf dem Display eine Anzeige erscheint. Jetzt lasst ihr das los, wartet kurz. So, jetzt könnt ihr hier, wenn kein Passwort hinterlegt ist, was im Standardfall nicht der Fall ist, einmal auf Continue gehen für Fortfahren und dann wird das BIOS hier jetzt entsprechend geöffnet. Da könnt ihr es sehen, hier ist es, hier könnt ihr jetzt eure Einstellungen vornehmen und entsprechend das Ganze bedienen. Ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch, wenn ja, Daumen nach oben, bis zum nächsten Mal.